Warnung! Die Stunts in diesem Film wurden von Professionellen gemacht. Also für eure Sicherheit und die Unterstützung von euch, nehmt keine Stunts, die ihr zu sehen. Wir haben heute schon ein Tasting gemacht, ein weiteres Tasting, dann noch ein Tasting, danach sogar noch ein Tasting, aber nicht mit Alkohol, sondern mit was zu essen, mit scharfen Chili-Soßen. Und jetzt sind wir hier für ein weiteres Tasting. Vorhin noch mitten in der prallen Sonne, jetzt ist die Sonne weg. Und wir sind jetzt hier perfekt für das abendliche Tasting vom Walzuma-Bier-Sixpack. Und das hat, glaube ich, damals der Andreas mitgebracht. Kennst du den Andreas? Dumanuman. Genau, Dumanuman, Anamana, der Andreas. Hier steht, das ist ein Geschmacksträger, denn da sind sechs Flaschen Walzuma drin. Walzuma, Brauhaus, Urfels. Das sind aber, glaube ich, nur drei Sotten. Von jeder Sotte zwei Flaschen. Die werden wir jetzt mal probieren. Was ist denn los? Melzen dich, wie in der Schule. Dunkel, hell und... Ippah. Genau. Spaß. Ippah ist natürlich nicht dabei. Das gibt es ja nur irgendwo im Hinterwald. Warte mal, das sieht gut aus. Das müssen wir als letztes machen. Wir fangen mal mit dem Etikett an. Das ist nämlich das erste Bier, was wir haben. Das hat ein weißes, edles Etikett. Das hat 5,2 Prozent. Und das ist Walzuma hell, naturtrüb. Was sagst du dazu? Meins. Meins. Hell ist immer gut. Kommt aus Walzum, nicht aus Mainz. Original Brauhaus, Abfüllung. Walzumer Brautradition. Von Hand gebraut, naturbelassen. Aus Walzum. Das sieht gut aus. Das sind kleine Flaschen. Die machen ordentlich was her. Ich mach mal meins auf. An deinem. Ja. Verdammt nochmal. Das ist deins. Das stelle ich jetzt hier rüber. Das macht jetzt Faxen. Hast du da gerade was rausgeholt zum Öffnen? Nein. Wie nein? Ich habe leider nichts rausgeholt. Ich dachte, du hast was geholt zum Öffnen. Nein. Dann nehme ich mir das zweite Bier. Warte mal. Was wir nicht testen. Und mach das. Das geht halt auch nicht auf. Was ist denn jetzt da hier? Ipah. Also das ist ja wieder mal. Aber Hannes, wenn du das machst. Dann muss ich eigentlich das nächste machen. Ja. Das ist das Walzummer Biertasting. Wir sind Professionelle. Lasst uns da mal machen. Mit dem Hüllen. Naturtrüb. Hell. Eigentlich hätten wir es jetzt aus der Flasche saufen können. Aber wir füllen es uns mal ins Glas ein. Dass man ein bisschen noch was sieht. Von äh. Farbe. Von der Farbe her. Das musst du auch ganz reinfüllen. Es ist wichtig, dass dieses ganze Bier in dieses ganze Glas reingeht. Das ist nämlich. Bei dem passt es halt wirklich. Seht ihr ja nicht. Der Hannes hat halt alles reingefüllt. Das ist a cast of production. Wir stoßen mal an. Roast. Das ist ein bisschen dünkler als normal. Obwohl es helles ist. Das verstehe ich gerade nicht. Dass das helle dunkel ist. Nicht schwarz, aber dunkel. Und es ist total trüb. Obwohl es helles ist. Und wir probieren mal. Ah. Was der Hannes schon getrunken hat. Oh hell. Helles Bier ist immer gut. Ich mag helles. Das schmeckt für mich aber schon wieder so ein bisschen nach. Bier Adventskalender. Spülmittel. 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 E-Bud tasting. Sonst was. Es ist jetzt nicht so bitter. Es ist jetzt nicht so herb. Aber es geht schon wieder so ein ganz kleines bisschen in die Richtung. Spülmittel. Das verstehe ich nicht. Ich habe. Also für mich ist es jetzt nichts. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt hier nochmal unbedingt trinken muss. Die hat es, glaube ich, geschmeckt, oder? Hell ist immer gut. Hell? Da kann ich nichts falsch machen. Aber was war daran denn hell? Die Farbe war dunkel. Es war trüb. Was war daran jetzt hell? Es ist ja naturtrübes helles. Das verstehe ich nicht. Wenn jemand auf ein schwarzes T-Shirt schreibt, ich bin weiß, dann glauben die Leute das auch noch wahrscheinlich. Natürlich. Das verstehe ich nicht. Huch. Nehmen wir mal das nächste. Weil wir müssen ja hier zur Podde kommen. Das ist Walsumma Naturtrüb Dunkel. Im Gegensatz zu dem hellen, mit dem weißen Etikett, haben wir jetzt das Dunkel mit dem gelben Etikett. Jetzt kann ich ja mal probieren, mit dem Bier das Bier aufzumachen. Hoppa. Guck, das ist Deins. Und das läuft. Und wieder läuft. Und läuft. Und läuft. Und läuft. Und läuft. Du hast hinten irgendwas gemacht. Das versuche ich jetzt auch mal. Einfach mal so. Ach. Jawoll. Es ist auf jeden Fall auf. den Stöpsel habe ich auch gefunden. Und das ist immer wichtig. Das ist ja nicht die Natur. Und deswegen füllen wir jetzt mal das Walsumma Dunkel in das Bierglas. das hat nämlich auch 5,2. Das helle hatte 5,2. Das dunkle hat 5,2. Jetzt ist das dunkle bestimmt hell, weil das helle war ja dunkel. Und dann passt das perfekt. Und Pupsi hat gesagt, ich stink total nach Bier. Ich muss heute noch duschen. Dann habe ich gesagt, warte mal. Dann mache ich noch ein Biertasting. Damit sich das auch lohnt, dass man den Loris ins kalte Wasser hält. Und jetzt haben wir dieses Bier, was ein dunkles Bier sein soll. Was auch dunkel aussieht. Machst du das auch immer abends mit deiner Pelunte oder was? Jo. Das ist ein dunkles Bier, was auch dunkel aussieht. Das darf auch trüb sein. Es soll ja kein helles Bier sein. Dem nehme ich die Farbe voll ab. Ich finde auch diese Schaumkrone gut. Jetzt muss doch nur noch der Geschmack passen und dann bin ich komplett zufrieden. Hannes, stoß mal an. Prost. Auf dieses dunkle, helle, farbige, aromatische. Ich warte wieder, bis er fertig ist. So lange erzähle ich noch Geschichten vom Kasperladen. Guck, da ist das Bier schon weg. Jetzt kann er ja erzählen, wie er es fanden und kann ich auch mal trinken, du. Naja, das Dunkle hat einen guten Geschmack auf jeden Fall. Ich muss sagen, es ist... Hat was. Es ist nicht zu derb. Es ist einfach... Naja, zu warm. Aber es geht. Also wenn ich mir so ein Biertasting angucke und höre dich reden, dann würde ich lieber aufhören, Bier zu trinken. Ja. So ist es. Es ist doch der Sinn dabei, dass ihr aufhört zu trinken, dass wir mehr trinken können. Ich finde das Dunkle auf jeden Fall besser als das Helle. Das hat keinen Spülmittelaroma gehabt. Da waren keine IPA-Nuancen drin. Das war zwar auch total warm. Aber das ist ja alles. Aber... Weiß ich nicht. Das war für mich einfach bekömmlicher. Das war für mich einfach bekömmlicher. Deswegen würde ich diesem Bier jetzt meine Punkte geben. Meine Stimme in der Jury hat dieses Bier. Und jetzt nach dem Hellen und nach dem Dunklen kommt jetzt das. Das Bernstein, glaube ich. Das ist nämlich Wahlsummer, Bernstein, Naturtrüb mit, ich würde sagen 5,2, 5,6. Das ist das Heftigste von all den Biers. Und das hat nicht so ein langweiliges Etikett. Das ist richtig. Das sieht aus wie Tortonator. So richtig flammend, so richtig brutal. Das ist das Wahlsummer. Ah, Bernstein. Wenn der Scheiß nicht immer so warm wird. Etikett. Ich mach dir nochmal deins auf. Das hätte ebenso gut funktioniert. Genau. Oh, guck. Das ist den Hannes. Sein Wahlsummer. Bernstein. Und weil das ist ja ein Remake. Deswegen gehen wir jetzt runter. Lass mich eben hier an diesem dreckigen Pfosten. Und dann schieb wir den hier runter machen. Das ist das. Das läuft auch. Das Ramses. Wir sammeln natürlich wieder den Kronkorken auf. Das ist wichtig. Aber das ist okay. Das heißt, das Bier hat mitgefühlt. Wir füllen das Bier mal ein. Der Hannes schläft gleich ein. Der Hannes verfolgt die Spur des Bieres über den Tisch. Und jetzt macht das Sinn. Weil jetzt passt das auch in das Glas rein. Vorher hätte das gar nicht gepasst. Ihr müsst eigentlich erstmal das Bier über den Lörres ziehen. Damit das passt in den Tisch von dem Fass. Was? Hannes schenkt ein. Hannes ist dabei. Ich kann euch nochmal zeigen hier. Hier schwimmt der Bierfluss. Guckt euch das an. Das ist der Bierfluss. Das ist der Hannes. Das ist der Jakobus. Hannes, es ist alles nass. Ich weiß nicht, wie du das immer machst. Ich muss heute mal die Kamera mit in die Badewanne nehmen. Ja. Jetzt ist es auch noch schräg. Das ist sehr schön. Kannst du nochmal das McDonalds Shampoo probieren? Duschbad. Duschgel. Und dann würde ich sagen, das hat das. Was? Warte mal. Das ist trüb. Trüb, trüb. Das ist nicht so dunkel wie das Dunkle. Das ist nicht so hell wie das Helle. Das ist was dazwischen. Das hat eine richtige Bärensteinfarbe. So wie es der Name schon sagt, ist das richtiges Bärenstein. Glas. Feeling. Farbig. Hin und her. Deins sieht halt aus, als hättest du dir gerade irgendwie ein Cappuccino gemacht. Guck mal meinen Schaum an. Bierschaum. Und was ist bei dir? Ich habe mir einen Kaffee gemacht für zwischendurch. Mit ein bisschen Schokolade obendrauf. Habe ich so reingepudert. Also Hannes, ich weiß nicht. Du nimmst das Ganze hier gar nicht ernst. Nee. Der Hannes trinkt Kaffee. Heimlich. Still und leise. Kaffee. Selbst die Wespe ist wieder da. Weil die das nimmt auch ernst mit. Ja oder oben. Deswegen würde ich sagen. Prost. Prost sagt er. Prost. Ich lasse dem Gast gern das Wort. Deswegen sagt der Gast Prost. Oder sag. Was sagst du denn zur Farbe? Na ja. Schön dunkel. Schön dunkel. Was hältst du denn jetzt gegen das Licht? Du schützt den in die Hälfte wieder in die Hecke da hinten rein. Der Hannes hat jetzt geprostet. Wir probieren jetzt mal das Bernstein. Ob das das Dunkel schlägt. Weil das Dunkel hat das helle geschlagen. Ich bin gespannt. Das ist das Wahlsummer. Ich guck mal ob die Oma noch da ist. Warte. Die Oma ist nicht mehr da. Prost. Da steht jetzt ein Mann mit einer Glatze auf dem Balkon. Aber aus einem ganz anderen Eingang. So das ist leer. Minatururin sein Kopf. Es ist leer. Hat dir das jetzt geschmeckt? Ne da war mir das vorige besser. Das Dunkle. Das Dunkle. Dann pass auf ich erhöhe den Einsatz. Und sage ich fand das besser als das Dunkle. Damit du das Dunkle trinken kannst demnächst. Und ich trinke das Bernsteinzimmer komplett. Weil da fand ich das Etikett auch am fetzigsten. Wenn ihr nochmal vergleicht. Das ist das Dunkle. Was ein gelbes Etikett hat. Was total unpassend ist. Das ist das Bernstein. Wo richtig links und rechts überall nichts gespart wurde. Damit das alles insgesamt richtig toll aussieht. Also das Design ist cool. Das Bier ist cool. Die Farbe ist cool. Das Helle. Gefällt mir auch vom Design. Weil es ist halt einfach hell. Aber das Dunkle vom Design her. Das ist halt nicht dunkel. Das ist halt gelb. Das könnte ein Radler sein. Das könnte Natururin sein. 5,2. 5,2. Achso. Ja. Das Bernstein gefällt mir sehr gut. Weil es hat nämlich 5,6. Und da haben wir das meiste von den Waldsommer Bieren. Plus das beste Etikett. Plus die beste Farbe. Plus den besten Schaum. Plus der Hannes trinkt es mir nicht weg. Weil er es nicht so gut fand. Und deswegen ist das Waldsommer Bernstein das beste. Oh jetzt ist es rot. Macht es plus weg genau. Ich bleib beim Hellen definitiv immer. Hannes bleibt beim Hellen. Ja. Das war es. Von meiner Seite aus. Von Hannes seiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out Vorhaut. Euer Ramses. Und das jetzt wissen wir ja. Wenn wir was filmen. Dann erst abends nach 20 Uhr. Und diesem Tisch wird nicht gelogen. 20 Uhr jetzt immer hier am Start. Einschalten. Wir sind sofort. Wie Harrison. Ah.